Noch so ein Bruch, Kieferbruch, Alter, Freundchen, Kehl. Ja, so, Kopf so, Auto so, ich so, Unfall. Oh, okay. Würde ich ein paar Kopfschmerzerblätten einfach mal mitgeben. Das ist einfach allgemein kleine Kopfschmerzerblättchen, ein bisschen Wasser dazunehmen und dann sollten die weggehen. Oh, das ist ja unabhängig. Tausch mal den Hut gleich mit Joe Bann an. Wenn du mal ganz kurz die Arme nach oben tun, dann tue ich sie einfach in die Tasche. Doch, klar, Mann. Soll ich mit dem Hut tauschen, Hut tauschen? So, bitteschön. Jetzt hinrennen und festnehmen, das ist ja auch sozial. Beide fest und nehmen mitgenommen. Kann das sein, dass ihr beide Zwillinge seid? Wunderbar. Ich weiß gar nicht, ich spiele das Spiel zum ersten Mal, auf einmal habe ich auch dieses eklige grüne Hemd hier an. Okay, ich wollte gerade sagen, sie sehen ja genau gleich aus, als ob ihr Zwillinge werdet. Nee, ich hab den Helm auf. Das ist auch ein Hut, oder? Das ist ein Helm auf. Oh, da wollte ich fragen hier, können wir den Hut, können wir Hute tauschen? Dann hätte ich nämlich so ein Gleichgewicht wie mein Kumpel da. Ja, ich bin Lohner, das ist hier, nein. Oh, komm schon. Ich kann dir dafür was auch anbieten, im Tausch. Wie viel? Hm, hm. Ich hab gerade 345 Flocken dabei. Nee, das ist ein Sondermodell, das ist von Gucci. Das ist von Gucci, Simon. 345 Flocken für den Gucci-Hut ist auch in Ordnung. Nee, 345. Mach schon mal die Reifen dran. 1000. Äh. Und sie kriegen auch meinen Hut hier. Nee, darf nicht. Ja, okay, hat sich niemand für den Reifen? Deine vorgeschwitzte Kappe da, ey. Wie bitte? Okay, vielleicht helfen kann man. Ich trage so viele Reifen, so viele Reifen hier. Ach nee, geht schon. Ich trage so viele Reifen die Tage, da habe ich so viele Muskeln schon aufgebaut. Da wollte ich eh fragen, wir hatten da hinten auch ne Panne und dann haben wir versucht unseren Reservereifen aufzuziehen, das hat aber gar nicht funktioniert. Wir haben den nämlich gar nicht gefunden. Könnten sie uns mal zeigen, wo dann so ein Auto der Reservereifen liegt? Weil irgendwo muss der ja sein, sonst kommen wir ja nicht durch den TÜV. Ja, eigentlich theoretisch könntet ihr, ähm, manche legen sich den einfach unter den Sitz bei ihnen. Also, hab ich schon oft gesehen, dass sie machen. Oder sie legen sich gleich auf die Ladefläche hin drauf, das kommt immer drauf an, wo sie den auch teilweise hinlegen möchten. Wie bringt man den denn an? Ja nee, es geht da rum, wir wissen gar nicht, wo der Standard-Auto noch nicht so lange ist. Was soll denn das? Wir haben das Auto noch nicht so lange, wo der Standard-Miss verbaut ist und ob da noch gar keiner dabei ist. Standard-Miss hier exakt. Standard-Miss, ich glaube gar keiner dabei, den müssen sie vielleicht erst mal im Shop kaufen irgendwo. Können sie mal einen Blick drauf werfen? Ja klar, gerne. Das ist auf jeden Fall ein Profis noch ein anderer Blick als hier, der komische, der mir nicht den Hut geben möchte. Ja, nee, 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 hier Auto-Motokontrolle, hier. Aber ist nix, kein Reifen da. Ihre Ladefläche ist keiner. Dürfte ich vielleicht kurz reingucken? Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Das ist doch gar nicht dein Auto hier, was soll denn das? Hey, ich dachte, wir wären Freunde. Ah, okay, also unter sitzt es auch keiner. Also anscheinend standardmäßig ist keiner drin. Müssen sie sich dann eventuell vielleicht mal nachkaufen. Haben sie vielleicht noch einen Reserve-Reifen dabei? Dann könnten sie uns ja irgendwie in die Ladefläche tun oder so. Alter, der klaut unser Auto, der PC aus, der PC aus, der PC aus, der PC aus, der PC aus. Können sie mal dem hinterher fahren, bitte? Fahren sie mal dem hinterher. Komm jetzt, Simon, rein da, rein da. Nein, ich glaube nach links. Da ist das Auto. Wunderbar. Anhalten, anhalten. Giraffen nichts, Mensch. Hey, du Fotze, stehen bleiben! Simon, den Schnappen wohl, zähl da, her da. Wo ist der lang? Links, über den Zangau hüpft. Okay, ich renne links mal links. Jo, er ist vor mir. Dann ist er. Hopp nicht, hat er ge... Ah, gut, Simon, ich hab den, passt. Hab ich ihn schon gesloupt? Ja, hast du. Wat soll der Müll? Wat rennst du weg? Ey, du hast mein Lieblingsauto geklaut, du Arschloch. Weißt du, was das soll? Arschloch. Und du kriegst dich was in deinem Arschloch. Aufstehen und ab zum Auto von dem Medizinmann laufen, los, hopp, hopp. Wenn du wegläufst, schieße ich dir ins Gesicht. Hast du verstanden? Wat hast du, Sech? Jetzt, erzähl mal, wat du Sech hast. Wat schade ich morgen? Laufen sie mal jetzt nach hinten, zu der Auto. War das richtig? Dein Slang hast du mir verstanden. Gib mir mal erstmal wat für mein Bein. Ich hab hier Schmerzen in der Gretel. Deswegen laufen wir jetzt zum Medic. Laufen sie da hin. Hopp, hopp. Hopp, du hast hier gar nichts zu reden. Ich hab hier was zu sagen. Ich hab hier mal in die Fresse und ich sie jagt. Mein Kollege poliert ja gleich die Fresse. Ja, sei vegan alt. Ich wollt grad sagen. Ja, wackel, ruf mal die Cops, Mann. Das geht ja gar nicht. So jemand darf ja nicht hier ungestraft nach vorne kommen. Jo, mach ich. Ich lauf schon mal nach vorne. Bruch, Kieferbruch, Alter. Freundchen, Kehr, Siko Baba.